Der Kempf führt bis 62 Kilogramm K1 Drana 2. Wir haben ein Auto, der falsch geparkt ist, das ist der KKLN1619, das ist ein Ford, KKLN1619. LN1619, bitte, am Anfang hier, der muss da weg, ist unsere, wir haben geschnitten. So, der erste Mal Stardust. Und, ich meine, wir zählen direkt mit guten Treffern zum Kopf. Navi, da schlägt der Kopf nach hinten. Wilder Schlagabtorsch, aber doch halten, glaube ich, gute Deckung dabei. Aber Mendels kommt deutlich öfter durch in den ersten Sequenzen. Und jetzt der Gaia versucht hier mit Kicks zu arbeiten, die Distanz mit aufrechtzuerhalten. Und wieder dieser wilde Schwinger von rechts, da ist die Bucht, aber auch Mendels muss da aufpassen. Und da gibt die Kitzelkaia doch einige Lücken für Contra, die sie bisher aber noch nicht nützt. Kitzelkaia kommt jetzt hier besser in die Distanz. Kitzelkaia trifft hier immer wieder zum Kopf mit schönen Händen. Und wieder der rechte Schwinger, right on the bottom, durch die Mitte. Und wieder links, rechts an den Kopf von Kitzelkaia. Ende der ersten Runde. Starke Vorstellung von Michael Mendels. 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 Die zweite Runde. Starke Vorstellung von Michael Mendels. Starke Vorstellung von Michael Mendels. Starke Vorstellung von Michael Mendels. eine spinning backfist hier vor gibt es kein super überraschend genutzt und die gegen wunderbar im kopf von mendels wieder die spiel weg ist die zu kann ja ist wach geworden da muss sie aufpassen denn jetzt ist da boxerisch und präziser jetzt trefft man jetzt wieder mit den händen sowie mit den füßen kaya muss dann machen sie darf sich nicht drücken lassen und beeindrucken lassen und ein schöner low kick aufs hintere bein wieder das hinterlässt spuren das merkt man der händler geht dazwischen zu recht da können schwerwiegende verletzungen entstehen und eine tolle kampf tolle performance von meike nendels ich wiederhole Ja, Michael Mendels verdienter Sieger in diesem Fall. Ja, Michael Mendels.